Herzlich Willkommen zu Ellenring, Dornbusch der Sünde, verwundet den Zaubernden mit den Dornen der Sünde, um eine Spirale aus Blutdornen zu erschaffen. Diese Zauberei lässt sich bis zu dreimal wirken. Also ist so eine Nahkampfgeschichte, ne? Muss man hier mit den Burschen hier ziemlich vorsichtig sein. Das? Ja, und schon hat er mich. Ne Leute, so nicht. Auch hier wieder. Naja, jetzt hat es wenigstens einmal geklappt. Fantastisch. Ja, wo kriegt man das jetzt her? Ja, ich zeige es mal gleich, obwohl es sich eigentlich nicht lohnt. Ja, ich befinde mich jetzt hier. Östliches Tafelland und möchte hier runter zum Punkt 4. So, dann wollen wir mal gucken. Und wir laufen jetzt mal ganz bequem hier lang. Und da haben wir hier so eine Feuerhexe. Dornbusch der Sünde, das war's. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Den hatte ich nämlich noch nicht. Okay, alles klar. So, machen wir das Ding noch weg. Und das war's ja dann wohl. Freund Whe atual. Ich danke. Ich wurde hier. Das war ich поговор vraiment. . según layout ein regret. own. Vielen Dank.